damit wieder ein recht herzliches willkommen hier wieder zurück auf unserem kanal zu einer weiteren folge outlast in der letzten folge haben wir ja hier so lang und gott und sollen ja jetzt vater martin finden der immer stück für stück warum auch immer sich verdünnisiert sage ich jetzt mal der der wäre dass wir ihm irgendwie immer folgen so unser jetziges ziel ist nämlich nutzen sie die oberen stockwerke um zu vater martin zu gelangen und stellen dass die einfach mal erwartet und bis ich da bin aber nie so das heißt wir gehen jetzt hier raus und guck mal was uns hier erwartet warum warum geht die musik jetzt so ab da draußen ist doch irgendwer oder hallo schlimmer ist kein ähm gott 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 was ist hier los war das hier los hier ist hier ist ein klub hier ist ein klub wir gucken uns mal auf den toiletten um ja und ja leider finden wir hier mal wieder nichts und hier auch nicht gut denn gehen wir mal draußen weiter gucken hier ist auch nichts ok 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 da will ich eigentlich noch nicht hin wir gehen erstmal nochmal ganz kurz back in our safe room und äh erholen uns mal ganz kurz die batterie die batterien ist immer immer wieder ne also ich sage es jetzt jede folge mindestens dreimal batterien sind die meter ok warte mal wir tauschen mal ganz kurz die batteries und schleichen weil die musik geht hier ab wie sonst was und ich gehe von aus hier verfolgt uns jemand da oben ist eine batterie komm gib mir die batterie wär jetzt so meine ich kann mich hier verstecken wär jetzt hier so meine vermutung dass wir jetzt gleich halt entziegtechnisch hier irgendwie weg müssen hallo 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 wir lassen uns ganz kurz mal in die Dokumente gucken warrider und albträume kurze Einführung in die warrider Mythologie für den Betreuerstab von MRD Merkow Corporation Hinweis nur für unterstützende schriftliche Zwecke nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet der warrider auch als Alp Mala oder Schrat bekannt ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs welche die Schlafenden heimsucht sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus der Schläfer wachen erschrocken paralysiert und nach Luft dringend auf der Name Mara lässt auf Ma oder Nachtma schließen sexuelle Übergriffe des Dämon sind selten mit was aber er soll mich aus dem Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus dem Brustwarzen der schlafenden Männer trinken und okay okay wenn das so ist dann ist das so so ich wäre gerne da hoch gegangen aber das eh tut zu das heißt wir werden so wir werden nach da ganz hinten müssen in der Hoffnung dass uns da jetzt nichts Böses erwartet so so dann schauen wir doch mal bei der aber da waren irgendwelche Stimmen irgendwelche Geräusche hallo 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 Mister Mister können sie mir die Türe aufmachen nein ah Alter was ist denn jetzt auf einmal los warum warum zittert denn das Spiel so weißt das ist hell oh eigentlich würde ich ja gerne da nochmal erkunden gehen ne aber irgendwie habe ich darauf keine Lust ich müsste aber wahrscheinlich und ich verstehe nicht was hier los ist warum wieso weshalb das hier so anfängt so die Musik geht so ab ich gehe direkt oben ich kann nicht nach oben gehen achso warte mal ich kann auch hier warum ist das ein blutiger Pfeil okay komm ähm ähm ne okay bin ich nicht eigentlich jetzt wieder da am Anfang da äh eventuell wo die wo die wo wir gestartet sind wo diese Sicherheitstüren sind kann ich hier rein? also nein kann ich nicht okay komm wir müssen trotzdem jetzt mal hier gucken das ist so scheiße da liegt wer da liegt wer hier ist noch ne Batterie hier ist ein Sicherheitstyp hier ist ein Sicherheitstyp kann ich hier einfach raus? nein okay 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 also hier kann ich nichts machen einerseits bin ich ganz beruhigt dafür also äh ne äh wieso kann ich denn jetzt hier nicht Alter er springt nicht ist ja mit dir verkehrt boah ist das hell nochmal und Sprung geht doch ey keine Güte so jetzt sind wir in der in dem ersten Stockwerk und wir müssen doch jetzt fast da was war das? okay Gott was ist denn hier passiert? oh ne oh ne da bin ich eigentlich noch gar nicht lang achso er war jetzt grad da und hat mir jetzt einfach nur gesagt ich muss äh zu den anderen Upper Floors okay ey stand der jetzt da hinten oder wat? oh man dieser Priester ey dieser Pfarrer Martin okay warte was gibt's denn hier noch so feines okay hier kann ich nicht durch das heißt ich bin gezwungen komischerweise hier hin zu gehen okay hier habe ich jetzt welche Möglichkeiten okay hier kann ich hier ran gehen mal kurz ganz kurz ganz kurz mal ein bisschen verstecken okay also jetzt schleichen wir hier lang aber ich glaub ich weiß nicht ob ich schleichen muss ich weiß nicht was meine Batterie schon wieder fast alle sind und hier kann ich mich verstecken also verstecken ist schon mal immer gut gut zu wissen wo man sich so verstecken kann aber wenn so viele Versteckmöglichkeiten oder wenn es so viele Versteckmöglichkeiten gibt heißt es immer nichts Gutes ich muss die Batterie schon wieder wechseln heißt es immer nichts Gutes weil das könnte dann darauf hindeuten dass jetzt hier gleich was passiert und ich hoffe es passiert jetzt nicht gleich noch was Alter der Typ äh der 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 bewegt sich doch gleich wieder ich sehe es doch schon wieder kommen okay da ist nichts da ist auch nichts jetzt erstmal hier lang Pray for revolution ja ja warum geht jetzt die Melodie so ab ähm du hast ne Axt du äh ich lass dich mal in Ruhe die Musik geht ab wie Schmitzkatze wir gehen erstmal weg weg von demjenigen der da so ne Axt in der Hand hat wir nehmen uns hier erstmal noch ein paar Batterien mit oh geil Batterien sind immer ja er hat uns nicht gesehen ich bin der King Alter, was ist das denn? Verbarrikadiert Du sperr das alles ab Oh nee Da ist noch ne Batterie Das ist ne Sicherung Die Sicherung für die Wäschschacht Wofür brauche ich ne Sicherung? Ich hab jetzt was entdeckt Was ich noch nicht benötige Oder demnächst benötige Okay, also wir haben eine Sicherung Für nen Wäschschacht gefunden Ist aber am Umkehrschluss Ich muss hier schon wieder raus Ist das richtig? Oh nee, ich möchte hier nicht wieder raus Scheibenkleister Was steht denn da? Bin weit The Rawrider Oh Jungs Kann das Spiel nicht einmal normal ablaufen? Jetzt muss ich ja doch zu den beiden Da nach vorne gehen Oh will ich das? Oh Junge Okay, also wir chillen uns mal ganz kurz nochmal hier so hin Und tauschen erstmal ganz kurz noch die Batterie aus Einfach nur Für Für Justice Case ne? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ne Sicherung Wofür wir auch immer diese Sicherung benötigen Wofür wir auch immer diese Sicherung benötigen Hier könnte ich mich nur verstecken Ich hab die Tür ja gar nicht angefasst Okay Hier kann ich auch nichts machen Hallo Pray for revolution Das ist doch jetzt nicht euer So Was auch immer ihr hier macht Freunde Ich will es nicht wissen Ich will eigentlich nur Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Lass mich in Ruhe hab ich gesagt Ich hab ja gesagt lass mich in Ruhe Kann ich jetzt hier rein? Kann ich hier rein? Lass Lass Verdammt nochmal mich in Ruhe Ich hab keine Ahnung wo es jetzt weiter geht Oh warte mal Hier gibt's Hier gibt's was oder? W-w-w-was? Für den Wäscheschrank wären Sicherung benötigt Ich habe, ich habe, ich habe Sicherung W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w gefolgt ist. Okay. Also, drei Sicherungen brauche ich. Zwei habe ich. Wo kriege ich die dritte her? Und das mit der Sicherung, das war purer Zufall. Dass wir da was gefunden haben. Ohne zu wissen, was wir hier benötigen. Habe ich nicht noch eine Sicherung? Ist das eine Sicherung oder eine Batterie? Ich will nur die Batterie. Du, ich will von dir gar nichts. Danke. Kann ich hier durchklettern? Wir können... Oh nein. Oh, ich muss die Batterie ganz kurz wechseln. Alter. Das ist doch schon wieder. Das ist doch. Das geht doch. Das ist doch. Da ist noch was. Da ist noch was. Ich will es haben. Die Batterie. Okay, 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 okay. Drive in... the nails. Ey, dass ihr... Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Also, normal ist in diesem Game hier sowieso nicht. Ähm... Also, gar nichts. Hat der jetzt aufgegibt? Was macht ihr hier? Also, wen oder was? Betet ihr hier an? Oder was ist euer... Versteh es nicht. Versteh es nicht. Okay, er ist weg. Glaube ich. Hoffe ich. Irgendwie ist er hierher gekommen. Der hat mich doch gar nicht gesehen. Hallo? Wie und jetzt? Jetzt ist er runtergefallen. Muss ich jetzt wieder zurück oder wie? Okay. Also wir brauchen glaube ich einen Schlüssel. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder runter? Oder wie? Oder was? Hier liegt denn noch was, oder? Liegt noch eine Batterie. So, hier kann ich nicht durch. Was war das? Oh, ein Gewitter. Einfach nur das Gewitter. Muss ich jetzt hier wieder runter? Weil er ist ja hier irgendwie... Oh, nee. Oh Gott. Das war jetzt nicht so gut. Ist der jetzt hier irgendwie reingefallen? Kann ich deswegen hier unten noch in den Keller? Okay, komm, wir tauschen nochmal ganz kurz mal die Batterien. Ah, ich brauche doch diesen Schließler-Schlüssel. Hallo, 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 mein Freund. Mein Freund. Falsche Taste. Wie immer. Projekt Paperclip, Joint Intelligence Objective Agency, JIOA, Dokument Nummer 8 von 186, Ablage zu 236, 86, 46, 5, Auszug, Referenzgesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. A, Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. B, Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sich für potenzielle Gegner arbeiten. Okay, wir ignorieren jetzt den Dude da hinten. Wir können aber auch nichts weiter machen, hier, oder was? Das war jetzt nur für dieses Dokument. Okay, können wir mit ihm hier irgendwie interagieren? Hallo. Okay, wir können mit ihm nicht interagieren oder vielleicht doch, aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Gut, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder sehr viel Spaß beim Zuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Outlast. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Vielen Dank.